Gut. Matchball zum... Geht doch mal weiter. Gut. 3 zu 1, aber den hab ich dir verpasst. Ja. Der war falsch, ganz deutlich. Der war falsch? Ja. Der Videobeweis. Und? War der falsch? Ja. Knie raus, konzentrieren. Und noch ein. Der war jetzt spannend. Nur eine dünne Geschichte am Schluss. Wenn der Satz verloren geht, ist wieder alles offen. Teil an. Schöne Spiel. Schöne Spiel. Schöne Spiel. Schöne chillen. Schöne halt. Kurt.